Die AfD steht ja im Moment im Deutschlandtrend bei 3 Prozent und kein Mensch kann vorhersagen, was da im September draus wird. Aber es gibt Erfahrungen. Populistische Parteien sind immer dann erfolgreich, wenn sie ein Thema haben, von dem die Leute denken, da reden die anderen nicht drüber. Das wird schamhaft verschwiegen. Und das heißt für die anderen Parteien, je weniger man dieses Thema anspricht, je weniger man auch die Ängste aufgreift, die es um den Euro gibt und über den Euro gibt, desto besser sind die Chancen für die AfD dann doch in den Bundestag zu kommen.